Also dann, versuchen wir mal mit der neuen Schatzkarte irgendwas zu finden. Also als erstes müssen wir zum Tisch. Ich starte mal von der gruseligen Hütte aus. Und dann suche ich den steinernen Tisch. Okay, da ist der Steinkreis. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, bin ich. Okay, ich muss zum steinernen Tisch. Ah, da. Gut. Dann die Karte auf den Tisch legen. Jetzt den Bienen folgen. Okay. Jetzt den Affen. Also da lang. Jetzt den Bind fragen. Hm. Okay. Jetzt Blumen. Da rein. Blumen. Ah, Blumen. Blumen. Okay. Wieder den Wind fragen. Interessant. Den Bienen folgen. Also wieder zurück. Okay. Jetzt wieder den Wind fragen. Ich verstehe. Also hier lang. Ne, da lang. So weit, so gut. Und jetzt irgendwas mit dem Dingswumms machen. Hm. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag der zwölfte Seekuh. Es hat eben geglüht, oder? Muss ich das jetzt wieder nochmal machen? Hm. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag der zwölfte Seekuh. Hm. Okay, was muss ich jetzt damit machen? Hm. Hm. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag der zwölfte Seekuh. Hm. 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 Muss ich da irgendwie rumlaufen? Andere Richtung. Ah, jetzt ist es gelb geworden. Und das hat mir jetzt was gebracht? Hm. Hm. Was hat mir das jetzt gebracht? Es ist grün geworden. Und jetzt sehe ich da eine Linie. Was muss ich jetzt mit dem Ding machen? Okay. Fehlt mir noch irgendwas? Ich hätte vielleicht speichern sollen, wenn ich da oben bin. Bienen? Affen. Den Wind wieder fragen. Hm. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Blumen da rein. Wieder den Wind fragen. Hm. Okay. So weit, so gut. Okay. Wieder den Wind fragen. Interessant. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt erst mal speichern. Okay. Also so rum. Und jetzt vielleicht den Wind fragen wieder. Ich gucke mir mal die Karte an. Ah, jetzt wieder den Wind fragen. Okay. Nach Norden. Okay. Wow. Oh, oh. Jemand kommt. Mann. Hätte nie gedacht, jemals wieder hier rauskommen zu müssen. Aber es wird eine vorübergehende Schwankung von Flotsam's Wind wird sein, endlich Tripods Hand in die Hände zu bekommen. Seine Hand in die Hände zu bekommen. Zu nichts. Was war das denn? Und was ist hinter dieser Tür? Hm. Kann ich da die Nase rausnehmen? Vielleicht kann ich die Tür bewegen, indem ich diese riesige Kristallnase drücke. Ja. Nee. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ah, ich könnte die Kristallnase zum Zerplatzen bringen. Schau. Hm, das Abschlagen der Nase an der Tür hat den Zorn des Gesichts hervorgerufen. Das nehmen wir mal. Oh, mein Gott, nur so ein bisschen meiner Ehre wetten. Okay, dann schau ich mal da durch. Frage mich, ob ich vielleicht auf der anderen Seite etwas sehen kann. Da ist sicher etwas Interessantes drin, aber ich kann's Ihnen sagen. Ich erinnere mich, dass wir jetzt... Will Polly einen Cracker? Ich bin Skyper Street Bull, mächtiger Pirat. Wir müssen den jetzt reinlegen, indem wir den Papageien, den Skelett-Papageien, da durchwerfen. Ich habe eine echt seltsame Idee. Ich bin Skyper Street Bull, mächtiger Pirat. Ich habe einen Auftrag für dich, kleiner Papagei. Geh auf die andere Seite dieser Tür und öffne sie von der anderen Seite. Ich bin Skyper Street Bull, mächtiger Pirat. Okay, kleiner Champion, öffne die Tür. Dummer Vogel. Ich bin Skyper Street Bull, mächtiger Pirat. Und trotzdem hat er etwas so Charmantes. Hm. Ich muss irgendwie den Dings zu mir locken. Ohne Perle sieht diese Auster so leer aus. Hm. Nebenbei, ich spiele das Spiel ohne Komplettlösung. Ich habe die ganzen Monkey Island-Teile schon mal durchgespielt. An alles erinnere ich mich nicht mehr, aber an vieles. Von daher komme ich deshalb eventuell ziemlich gut voran. Ich weiß nur, ich brauche es noch irgendwie in Stab oder sowas für diese Dinger hier. Hm. Gibt es bei der Voodoo-Lady den Stab? Hm. Was hat sie denn da? Gruselige Hütte. Ich brauche irgendeinen komischen Stab. Warum sagst du mir denn nicht, dass man mit Grog die Symptome der Pocken lindern kann? Grog? Grog wird Lechak's Pocken nicht heilen können. Damit wird es nur noch schlimmer. Wie kann denn Grog irgendetwas schlimmer machen? Jetzt mag deine Hand sich gut anfühlen. Aber wenn sie wieder erwacht, wird sie garstiger sein als je zuvor. Du hast was gegen Grog. Weißt du etwas über den Marquis des Singes? Ich vertraue dem Mann nicht. Und verstehe ihn tue ich ihn schon gar nicht. Er hat versucht, mir die Hand abzutrennen. Das überrascht mich keineswegs. Wissenschaftler wie des Singes schrecken von nichts zurück, nur um ein paar belanglose Rätsel zu lüften. Nur das Schicksal weiß, was er dieser armen Insel und seinen Bewohnern angetan hat. Hm. Ich habe Beweise entdeckt, dass de Singe die Winde von Flotsam Island manipuliert hat. Dann musst du es irgendwie schaffen, ihnen ihre alte Form zurückzugeben. Winde wie diese sind unnatürlich und müssen ihr Gleichgewicht wiederfinden. Das sagt Elaine immer nach einem Abendessen mit Tacos. Oh. Steh nicht auf. Ich finde schon raus. Alles Gute, Threepwood. Jetzt gerade mangelt es mir tatsächlich ein wenig an Ideen. Habe ich etwa schon alles im Inventar, was ich brauche? Antikes Türgesicht. Käserad. Medaillon. Ich mache das Medaillon mal auf. Wenn ich niemals diese blöde Insel verlassen kann und Elaine wiederfinde, werde ich diesen Decaba aufspüren, damit ich La Esbonja Grande finde. Okay, das hat mir jetzt nicht sehr geholfen, aber es war ein schönes, äh, schönes Foto, schätze ich. Ich mache das, was ich brauche. Ich mache das, was ich brauche. Hm. Doc? Oh, Sie sind's. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Es sei denn, Sie möchten Ihre Hand freiwillig den Vorschritten der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Eins, wann. Warum hast du eigentlich so großes Interesse an meiner Hand? Weil offensichtlich die Krankheit, die sie durchströmt, eine vollständig neue Lebensform ist, die eigenständig Bewegung erzeugen und totes Gewebe übernehmen kann. Nicht dein Ernst, oder? Das ist ja so... Halt, sagtest du eben etwas von totem Gewebe? Meine Hand ist nicht tot. Sie bewegt sich. Manchmal ganz von allein. Und genau das macht es ja so faszinierend. Eine scheinbar abgestorbene Hand, die sich ständig bewegt, als würde sie von einer fremden Kraft angetrieben. Man stelle sich nur die Möglichkeiten vor. Äh, echt seltsame Puppentheater? Weißt du, es gibt noch andere kranke Piraten, die auch mit dieser Krankheit infiziert sind. Warum trennst du nicht denen die Gliedmaßen ab? Hm, das habe ich... Aber Ihr Fall ist ganz außergewöhnlich. Ich muss diese Hand haben. Wie wäre es mit... Nein. Das werden wir ja sehen. Was machst du hier? Gibt es denn keine leicht verletzten Piraten mehr, die du verstümmeln kannst? Ich untersuche diese wunderbar klebrigen grünen Wolken, die sich über Flotsam Islands versammelt haben. Bist du sicher, dass du nichts über Flotsams Winde weißt? Was wollen Sie damit andeuten? Ich habe den Eindruck, dass dir diese verrückten Winde sehr gelegen kommen. Schließlich sorgen sie für einen ständigen Nachschub an Patienten und all das. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Na komm schon, gestehe es. Du bist der Kerl, der hinter diesen verdrehten Winden steckt, stimmt's? Was für eine unglöbliche Anschuldigung! Haben Sie auch nur einen Beweis? Ähm... Das dachte ich mir doch. Einen schönen Tag noch, Sir. Aber... Ich sagte einen schönen Tag noch. Nochmal. Für Sie immer noch Marquis de Sange, Rowling. Sieht das vertraut aus? Wo haben Sie das gefunden? Es fiel von der schaurigen alten Tür im Dschungel. Eine alte Tür mit einem Seekuhkopf im Dschungel? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sicher, sicher. Aber vielleicht solltest du sie dir mal anschauen. Sieht aus, als könnte sie ziemlich interessant sein, wissenschaftlich gesprochen. Ich gehe jetzt wieder dahin, um mit meinen piratigen Kniffen durch die Tür zu brechen. Erst brauche ich etwas Dynamit, dann ein Gummihuhn mit einem Flaschenzug in der Mitte, dann eine Art rudimentäre Drehbank. Ohne meinen Schlüssel kriegt er die Tür nie auf. Ich sollte ihm auch sicherer Entfernung folgen, nur um dafür zu sorgen, dass er meine Pläne nicht durcheinander bringt. Oh oh. Ah, es scheint, als habe Monsieur Sripwood die Veckelian-Porte du Vin tatsächlich gefunden. Mh, böser kleiner Piratenjunge. Ist da jemand drinnen? Was? Ich bin Skyper Sripwood, richtiger Pirat. Was? Wie hat er... Mh... Ich kann nicht glauben, dass er darauf reingefallen ist. Das könnte nützlich sein. Wer ist der schlauste Pirat auf der ganzen Welt? Was? Ich bin Skyper Sripwood, richtiger Pirat! Heitige Kanonenröhrchen! Sripwood! Gut gemacht, Monsieur Sripwood! Sie haben mich gezwungen, den Ort des Versteckenden Tempels zu entführen. Aber ein Einfalzpinsel wie sie wird ohne meine Hilfe nie herausfinden, welcher dieser Windgötter beschworen werden muss, um dieses antike Windsteuerungsgerät zu beherrschen. Und ich sage nichts! Das ist ein Windsteuerungsgerät? Danke! Das wussten Sie nicht? Mh! Ich sehe schon, es wird Zeit, dass der Marquis die Angelegenheiten selbst anfängt. Mh... Mh, sonderbar. Was haben wir hier? Ohne Farbe sieht diese Oster so leer aus. Ich stecke mal den Schlüssel rein und gucke, was passiert. Ah! F one! F one! Wow! Wow. Die Winde wehen immer noch. Ich muss wohl einen antiken Windgott beschwören. Ob mit dieser Götterstatue wohl Impfgötter beschworen werden könnten? Ja, und den Gottes heißen stinkenden Windes, den beschwören wir dann in der nächsten Folge. Also, Nase zu und durch. Tschöööö!